Wie sind eigentlich die Reflekturen da, Opi? Das ist sicherer, gerade wenn es draußen dunkel ist. Ach, aber ich kann auch im Dunkeln ganz gut sehen. Darum geht's ja nicht. Die Reflekturen sind dazu da, damit du besser sehen wirst. Pieks! Ach, jetzt verstehe ich auch. Warum heilen ich die im Eiskaffee immer umhängt? Fräulein, hallo, Bedingung, ich möchte bestellen, hallo, hallo.